Güstrow erleben, gewohnt anders, mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Zu einem Abend mit Chor und Klaviermusik des Komponisten Johannes Schondorf wird am Sonnabend, dem 25. Mai, um 19 Uhr in den Festsaal des Schlosses eingeladen. Über vier Jahrzehnte wirkte Schondorf als Kantor in der Güstrower St. Marienkirche. Die Pianistin Rira Kwon spielt Solo-Klavierstücke, während das Neubrandenburger Vokalensemble Einblicke in das chormusikalische Schaffen Schondorfs gibt. Am Freitag, dem 24. Mai, macht die Ostseewelle Party-Tour Station in der Oase. Für die richtige Stimmung sorgt DJ Alex Stuth unter dem Motto Feiern, Mitsingen, Tanzen. Außerdem wird das Projekt Selbstrettung Kinder vorgestellt und das Außengelände wird zum Erlebnisgarten. Gefeiert wird von 14 bis 22 Uhr. Eine Fotoausstellung, die Tiere des Wildpark MV, ist gegenwärtig im Umweltbildungszentrum zu sehen. Ausgestellt werden knapp 30 Aufnahmen von neun Hobbyfotografen aus Mecklenburg-Vorpommern. Erweitert wird die Schau durch 14 Tieraufnahmen, die befreundete schwedische Fotografen auf der Insel Öland geschossen haben. Erleben Sie Güstrow! Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de Untertitelung des ZDF für heute. Untertitelung des ZDF für heute. Untertitelung des ZDF, 2020